Jo, hi, willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir die Welt vor außerirdischen Würmern, Würmern, äh, ja, befreit. Und ja, wir machen jetzt weiter mit der Story, und zwar, diese Bäume sind, äh, Ärger im Baumdorf, meine ich natürlich. Diese Bäume sind schon seit hunderten von Jahren hier. Wir werden nicht zulassen, dass diese Vandalen sie einfach abholzen. Eingeschüchterte Dorfbewohner drängen sich in den Hütten, während zwei der Vandalen draußen Wache schieben. Irgendwann ist es, sich um diese Vandalen zu kümmern und dabei zum Möglichen, keine Dorfbewohner zu Schaden kommen zu lassen. Lassen Sie also Vorsicht verhalten und, Entschuldigung, versuchen Sie außer Reichweite zu bleiben. Außer Sichtweite, meine ich. Boah, jetzt muss ich schon wieder die ganze Zeit aufstoßen, etwa schon in der letzten Aufnahme so. Oder vorletzten, glaube ich. Darf jetzt hier nicht zur Gewohnheit werden, okay? So, jetzt erstmal wieder vorlesen. Einfach gehen da wieder schnell weg, wahrscheinlich. Die Dorfbewohner sind so verstört, dass diese Fieslinge sie glatt wie in den Hütten gescheucht haben. Um den Feind kalt zu machen, müssen sie gut klettern können. Fallschirm sind vorhanden, falls sie ausrutschen. Ich lese sie gar nicht, gucke die ganze Zeit auf meine Aufnahme, falls irgendwer der Texte schnell weggeht. Passen Sie gut auf, dass sie nicht zu Schaden kommen, was weiß ich. Machen Sie einfach alle fertig, beschissen Sie die Dorfbewohner. Was habe ich denn alles? Hey, super. Martinik, okay. Oh Gott. Muss ich wohl hier rüber, ne? Bams. Ich habe aber reichen, ne? So. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Missionen hier noch reinpacken soll. Was weiß ich, diese Jetpack-Missionen und all das, was es noch gibt. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Story da ist, ey. Ich will die ja lieber vorm Abschluss der Story irgendwie reinpacken. Ey. Aber, na, weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, wo lange sie sind. Höh? Das ist ja nicht wie mit meinem Schubser. Mit meinen Rollenspielen oder so, wo ich ähm, Ding anziehe. Erst den finalen Boss mache und dann irgendwie optionalen Sachen so mache. Weil hier kann ich ja nicht stärker werden. Also, dass ich irgendwie über Port in den letzten Kampf reingehe oder irgendwie sowas. Geht ja eher nicht. So, Gott. Irgendwann werde ich runterfallen. Ich weiß, wenn ich an einige Sprünge hier schon zurückdenke. Nein! Genau so. Nein, ich habe nur einen. Ja, die Mission ist schon zum Scheiternverurteil. Das ist nur noch William über. Und der weiß ich auch ins Gras, wenn es weitergeht. Oh, was? Was? Den krieg ich mir einen Stupser bestimmt nicht runter. Oder? Nein, ich habe auch damit. Ich gehe mir einen Stupser runter. Kiwi Ki, okay. Bams. Mit Stil. ja ich glaube drei oder so sind hier so den balken nach zu urteilen zum teufel aber du lehnten irgendeine waffe wollte gar nicht mal kurz antippen und zack reicht dann zwei sind glaube ich noch übrig oder einer wenn ich mir auf feuerfaust weg glaube ich wenn man von diesem fehler absieht von vorhin wird doch noch alles richtig gut man geht schon vorbei weg sei da runter so schnell geht hat das offiziell sicher und die bewohner sind endlich lang kommen ist erfolgreich meine geht es hat so schnell weg kann auch keinen wurm lesen so ist aber gold ne ich weiß einer ist irgendwie zu tode gestürzt aber egal ich habe doch mal popp ne reiner war mann gold geil okay keine ahnung schalten wir mal frei wenn man gold hat oder es hat einmal mal wenn man immer freischaltet was ich war gesagt habe irgendwie wusste die oma da drin ist keine ahnung erger im baumdorf so als nächstes filmflip katastrophe das kamerateam ist durchgelebt und muss beschwichtig werden beschwichtig werden woher es alles auseinander nimmt verwenden sie jede beliebige waffe und werden sie im pivolo sonst bricht das chaos aus kamerabreit und blitz was klar schon wieder außerplanetarische abenteuer unseren würmern da wird ja wohl wahrscheinlich irgendwo stehen ja jetzt feine boss oder irgendwie so hat was weiß ich wollte ankommen oder das ist schon heftig aus ich habe er jetzt kommt keine halle hallo hallo ja ja los geht's das hier kein problem die einfach nur töten was man kann ich nicht einsetzen filmcrew ok gaffer hat falsch wie knapp nein das gibt's nicht da wäre so geil gewesen oh man die schub sich darunter an erwarten ich bin direkt über 30 wenn ich habe ich denn ist oben jemand den schnapp ich mir ja so und du machen abgang bands vor wenn er jetzt da gelandet werden da war echt wenig zeit gott sei dank ich habe das nächste krank oh man meiner sagen warum ich meine pasche nicht einsetzen kann oder mit oder irgendwie sowas oder nicht nein da gibt es doch nicht ist natürlich als nächster dran ach komm schon die anderen drei haben so viel screentime wo schnapp ich mir jetzt ein ich gehe mal nach oben ja sehr gut was solche machen jetzt bin ich ja das ist meine rakete warum die olaf kaputt geholt er hat schon so wenig screentime so kann man ja wie buch roi den da knapp sehr gut wir sind nur übrig einer der zwei der sauner da die bazooka die bazooka peter so rosa ohne bazooka jetzt nein er hat noch ganz knapp überlebt sind beliebenlos das trifft nein hier dreckssäcke erwartet sehr gut willst du bands doppel sehr schön sehr schön find schön wenn so was passiert und das spiel bleibt schon wieder stehen gott verdammt na gut dann mache ich hier wieder einen schnitt und weiß nicht sehen uns dann in der nächsten folge oder hier wieder bis dann und zack so endlich hab die level jetzt nochmal gemacht und hab regelrecht in der letzten folge in der letzten level jenen einzelnen wurm mit einem stubser erledigt auch sehr schön wahrscheinlich habe ich welche folge hier direkt daran denken gold sehr schön und schon ganz geheimnis sehr schön ja folge werde ich jetzt noch die nächste level hier werde ich noch dran hängen gucken wie lange die noch geht und da mal schauen aber er kann langsam mal aufhören zu passieren deswegen sollte man wirklich keine gebrauchten spiele zu schnell kaufen außerdem war da irgendein schwarzes zeug auf der cd drauf schrumpf in contest 3 genug insider witze ein filmflipfchen eine ganze menge bekommen ok speichern wir jetzt in einem level wurde gespeichert also wie die aussieht und so deswegen kein ding so nächste hans wurm und die bodenranke fifaifo wann riecht ich das blut von dem fetten rosa wurm an ja wir haben das goldene ei gestohlen nun müssen wir nur noch an der bodenranke auf dem boden klettern dummerweise haben wir jede menge beweismaterial zurückgelassen lassen uns unbedingt weg vor die reise auf bevor der riese aufwacht verwenden sie den fallschirm um die würmer wieder von der bodenranke nach unten zu befördern sammeln sie auf dem weg nach unten alle 15 ziele ein und verbrachten sie jeden wurm in ein boot vor der zug zu ende ist sie haben drei züge zeit das zu schaffen ohne dass die würmer einbrüßen falls sie es nicht schaffen gibt es eine runde bradwurm sandwich ok so hoffentlich tut nach der level nicht wieder alles abschützen weil das hätte ich wirklich nicht gerne das ist glaube ich schon zweimal passiert nicht in der session aber überhaupt oh gott da muss ich jetzt alles einsammeln wenn ich fliege oder was hier sehen sie diese ziele meine güte die müssen sie einsammeln dafür habe ich jetzt drei vier manne mit allen drei wir man ins boot beenden ja ja kein problem wir alle müssen ins boot ja super die haben eine menge ja sehr gut das klappt echt nie wenn ich jetzt will jetzt habe ich extra nicht drückt weil ich wusste irgendwas passiert doch wieder weiß material eingesammelt 14 ziele los weiter ja verdammt verdammt william hat jetzt nicht so viel eingesammelt ja ob das gut geht hey ich wollte mich davon irgendwo festhängen weil sonst boah die kamera ne ich kann mit der nicht umgehen weil sonst weiß ich nicht dann bleib ich ja irgendwo stehen oder ist gemein und jetzt zum boot und zack ein wurm in sicherheit leck mich das ist jetzt rein an messen jetzt schon alle einsammeln das wäre richtig gut noch vier sehr gut der nächste sind die nächsten da sich denen kriegen kurven flug sehr gut war nicht so schwer jetzt eigentlich ich das noch der ist ja locker dann jetzt ab ins boot ich könnte mich ja irgendwie fallen lassen das wäre irgendwie einfacher habe ich das Gefühl okay es ist windstill merke ich gerade deswegen ist es wahrscheinlich sehr viel einfacher was er locker noch ein in dem part es einfach versuchen hier volle möhre runter zu springen ne beim zwei minuer mein sicherheit na wie geht's william sehr gut wie du wir an das hast du meinem tag genannt so jetzt kann ich mich einfach hier fallen lassen das wäre voll geil aber ob genießt die aussicht ich komme ich fliege da hinten nennen und den 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 d da hat es noch ein bisschen warum ist ein schloss ich gerade gucken wir uns einmal an hätte ich vielleicht da oben hingehen sollen oder irgendwie dort und was euch so noch heute passiert irgendwas spannendes im gegenteil zudem hier naja sehr schön könnte ich irgendwie für ein trailer benutzen das ewige nichts und blau bams alle will meine sicherheit weiß material gesammelt jetzt bitte nicht abstützen danke das hat man ja noch an was war das frosch super frosch oder wie kann man da ein beeinflusst mit dem film bekommt muss auch mit allen drei unterstürzen mit einwurm alle sachen sammeln was weiß ich keine ahnung und so wie na gut ich sagen in der nächsten folge machen wir dann schule im sommer fertig ja sehr gut ich bleibe mich ein herzlich für zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge